so da bin ich wieder ich habe jetzt hier erstmal genügend Faden und danach hole ich mir dann noch ein paar Äste das wollte ich dann wieder mit euch machen denn Baumstäme sind ja oben drin zumindest schon ein paar und mir ist gerade aufgefallen, dass ich blöd bin achso und als erstes kann ich ja hier gleich mal schon mal Weizen anbauen sind 15 Pflanzen, aus den 15 Pflanzen bekomme ich 30 raus das geht nicht sooo 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 und dann würde ich als nächstes wie gesagt erstmal noch die Äste holen, weil ich glaube es waren 3 oder 4 Stück insgesamt mit dem einen der vom Dorf ist da hätten wir dann schon mal zwei Reusen fertig so und die noch Holzpfeiler ja frage mich einmal warum sooo das geht nicht achso, es hat auf ah ja ich gehe einfach mal ganz kurz hier sooo ein Mal schlafen, dann gleich nochmal was essen dann holen wir uns von hier drüben ein bisschen Holz wofür ich momentan keinen Platz habe hier passen 30 Kilo ein so achte, dann tun wir mal das Netz mit rein 9 9,5 und 11 genau, das passt so, das halten wir 10 Stück genau dann holen wir mal kurz den, der draußen noch liegt liegen müsste, liegen sollte hoffentlich noch dort ist genau, hier ah, das sind mehrere geil eigentlich glaube ich, dass ich auch bei meinem Lager noch ganz viele habe aber sei es drum im Endeffekt wird es, als soll es mich ja nicht spüren gut, tun wir mal hier noch ein bisschen Zeug rein noch mal 10 Äste bin fast gemerkt, erstmal die ganzen Äste hier rein zu tun da müssen wir nicht ganz so sehr hin und her laufen das ist, denke ich, ganz gut so, sind 30 Äste da müssten wir dann, glaube ich, noch einen Baumstamm brauchen wir dann noch so, und den noch vor allem wegen 5 Ästen bäh das ist ja kack so das sind dann schon mal die Reusen dann könnte man ja einfach, weil wir so können noch ein paar Bären anpflanzen genau, die hätten ja auch einfach mal ein paar Bären pflanzen können oder so die müssen doch nicht mal Weizen haben oder Bananen oder irgendwas weiß ich mir, es gibt doch nur genug auf der Insel her so hier sieht schon ganz gut aus ach ne, ich brauche ich weiß, was ich brauche nämlich einen Stein ich habe einen hier, ansonsten laufe ich nochmal zurück zum Lager und hole noch ein bisschen andere Sachen ach, da laufe ich nochmal ganz kurz zum Lager und hole noch ein bisschen anderes Zeug mit her ich habe mal kurz alles leer gut, Fleisch behalte ich den Rest, der kann raus so da laufe ich nochmal ganz kurz zurück und hole nochmal ein wenig Krempel so laufe ich nochmal ganz kurz zurück und hole nochmal ein wenig Krempel so komm lauf, 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 lauf ich sag mal so, ich finde es auch blöde grad in Minecraft war es bei mir immer so in meiner Let's Show Welt quasi ich hatte überall immer alles ich habe mir ja ein großes zentrales Lager gebaut, da habe ich ja eine ganze Folge gehabt aber im Endeffekt hatte ich trotzdem überall alles und von nirgendwo ein bisschen was weil es ja ergibt sich einfach so, ne ja ich hatte doch einiges mehr drin als ich dachte das kann hoch, das kann hoch, das kann hoch, das das kann ich ja nun nirgendwo Ne, kann ich nicht ne, kann ich nicht ein Feuerstein lass ich da, im Endeffekt brauche ich ja nur zwei Ja gut, soll uns auch erstmal reichen. Ich meine, wir sind ja nicht irgendwie schlecht aufgestellt, also insofern können wir doch ganz gut leben. Leben, leben, leben. Mir fällt gerade auf, da dort hinten weiß es, gehe ich zurück und hole mir nochmal, räume nochmal ganz kurz um. Nämlich lasse ich spitzacke da, nehme den Stein mit. Oh, dann lasse ich die. 20, so. Machen wir 20. So. Genau. Lassen wir mal noch Äste unten und dann bauen wir noch den Weizen ab. Dass ich dann einfach das Brot noch so ein bisschen hinbekomme. Ich glaube, ich glaube 10 Brote, ne. Ist ja doch eine ganz schöne Hausnummer, wenn man es mal so sieht. Müssen doch einiges anbauen. Ich meine, ich habe damit jetzt kein Problem, wer sich an die früheren Folgen noch erinnert, da weiß, dass ich da auch immer viel mitmache und ich auch gerne viel ernte. Wobei, ich habe es auch damals schon gesagt, eine Maschine wie Minecraft wäre kann man lieber einfach einmal Wasser auskippen und dann ist das Zeug hier weg. Aber so soll es dann eben nicht sein. Ich glaube, die wurden auf mich abgefeuert, wenn ich mich nicht um alles in der Welt irre. So. Gut. Dann tausche ich nochmal kurz ein bisschen was mit meinem Böckchen aus. Pilser, das. Feuersteine mal nicht, die Bitterwurzeln, das. Wobei, hene behalte ich. Zack, 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 zack. So. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, ich wollte doch noch den Weizen mit rausnehmen. Und ich gehe da nochmal kurz pennen. Was trinken, was essen und dann mit Lust, Liebe und Laune wieder frisch anzufangen. Das geht nicht. Aber hier geht es genau. Also. Also.